Ja, ganz klar, einer der wichtigsten Parameter ist der Reifendruck, besonders im Motorsport. Dieser wird bereits bei der Konstruktion und bei der Entwicklung von einem Reifen berücksichtigt. Ein zu hoher Luftdruck bedeutet, dass wir die Aufstandsfläche minimieren. Das heißt, der Reifen stellt sich quasi etwas auf, wird dann eher in der Mitte genutzt. Ein zu niedriger Luftdruck würde bedeuten, dass der Reifen zwar etwas mehr Aufstandsfläche hat, gleichzeitig leidet darunter jedoch die Performance. Gerade der Bereich Stabilität des Reifens nimmt dadurch ab und natürlich auch am Ende die Haltbarkeit. Fahrwerksgeometrie ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei der Setup-Optimierung von Motorsportfahrzeugen. Man kann sich das so vorstellen, besonders der Bereich Sturz betrifft hier den Reifen, weil letzten Endes der Reifen ja als Aufstandsfläche auf dem Asphalt gesehen wird. Ein negativer Sturz bedeutet also, dass der Reifen negativ quasi in das Rathaus hineinsteht und somit besonders auf der Innenflanke belastet wird. Ein zu hoher Sturz hat somit einen negativen Einfluss auf das Fahrverhalten, weil es zu einer zu starken Erwärmung auf der Innenflanke des Reifens kommt. Gleichzeitig wirkt sich das negativ auf die Haltbarkeit über einen kompletten Stint oder über eine Renndistanz aus. Das heißt, wir müssen auch bei der Fahrwerksgeometrie einen Mittelweg finden zwischen Performance und Haltbarkeit des Produktes oder Einteilung des Reifens über seinen Lebenszyklus in einem Rennen. Würde man den Reifen ohne Sturz fahren oder mit einem sehr niedrigen Sturzwert, hätten wir ein schlechteres Kurvenfahrfalten. Gleichzeitig bewirkt ein zu hoher Sturz ein ungerader Auslauf bzw. ein nervöses Fahrverhalten auf der Geraden und eine extrem starke Erwärmung auf der Innenseite. Abhängig von den äußeren Bedingungen wird auch hier der Sturz verändert. Das heißt, abhängig vom Streckenlayout, viele Linkskurven, viele Rechtskurven können auch je nach Achsposition die Sturzwerte variiert werden. Je nachdem, wie auch der Fahrer von seinem persönlichen Empfinden das Fahrzeug besser fühlt bzw. letzten Endes mehr Feedback von der Bereifung und von den gesamten Setups. Also neben dem Thema Luftdruck und Fahrwegsgeometrie ist natürlich auch die Aerodynamik und damit auch die dynamische Last auf dem Reifen ein ganz wichtiger Punkt. Stellt man sich das so vor, ein etwas steiler gestellter Flügel, Heck-Spoiler genannt, bringt eine höhere Last auf das Fahrzeug. Das heißt, um schneller das Fahrzeug fährt, umso höher wird die dynamische Last auf dem Reifen. Das heißt, der Reifen hat neben den verschiedenen Kräften und der Verwindung auch noch dynamische Last von oben zu tragen. Gleichzeitig ist aber gerade, besonders bei Regen oder auch für höhere Kurvengeschwindigkeiten, etwas Aerodynamik bzw. Downforce, sagt man dazu, auch Abtrieb. Es gibt da je nachdem Englisch-Deutsch unterschiedliche Begriffe. Wird hier mit etwas mehr Abtrieb gefahren, etwas weniger. Abhängig vom Streckenlayout wird das Ganze variiert. Jeder Reifen hat ein sogenanntes Arbeitsfenster, in welches der jeweilige Fahrer den Reifen natürlich durch Anwärmen erstmal bringen muss. In diesem Fenster funktioniert der Reifen optimal. Wenn man sich das Ganze als Kurve vorstellt, die quasi leicht nach oben steigt, hat der Reifen einen sogenannten Peak. In diesem Peak kann er meistens bei entsprechendem Verkehr oder freier Bahn auf der Strecke die schnellste Runde erzielt werden. Das Ganze bedeutet, dass aber auch diese Kurve natürlich irgendwann wieder etwas abfallend ist. Ein guter Fahrer muss also auch besonders in Rennserien wie dem GT Masters den Reifen über eine komplette Renndistanz einteilen. Er darf den Reifen nicht überfahren, das heißt konstant überlasten, weil ansonsten letzten Endes ein starker Abbau der Leistungsfähigkeit stattfindet.